Unsere einmalige Aktion jedes Jahr Hot Summer 28 mit dem Code kannst du 28% auf meine Kurse kriegen bis Sonntag und auf libysche.de. Und ja, wir haben mal wieder ein bisschen ein random Thema, warum vielleicht keine gute Idee ist, sich ein riesen Tattoo von seiner neuen Freundin zu stechen. Und vielleicht kennt ihr die, es geht um Paola Maria, die sich da, ja, das ist so ein, wer schon lange auf YouTube ist, so ein YouTube-Urgestein mit dem Alexander Koslowski. Das waren so in den frühen YouTube-Zeiten eins dieser ersten großen Paare, die so alles zusammen gemacht haben. Ich glaube, die sind da auch irgendwie mit dieser Rapperin irgendwie verbandelt. Komm gerade nicht drauf, schreibt bestimmt jemand drunter. Und ja, einer der ersten, die so die ganzen Beziehungen gevloggt haben, vorne bis hinten. Und haben sich dann getrennt. Und der Alexander Koslowski hat, habe ich auch schon mal kommentiert, glaube ich, ist im Prinzip ein total netter Typ. Aber hatte ich schon das Gefühl, hat seine Freundin, glaube ich, ein bisschen auf dem Podest gestellt, weil er hat danach noch so, wie ich finde, ungewöhnlich emotionale Videos gemacht, die, weiß nicht, wenn sich Freundin sich gerade getrennt hat, so zwischen den Zeilen, bestimmt toll gefilmt und alles, hat man den Eindruck, er hat sie einfach zu sehr auf dem Podest gestellt. Und das mögen Frauen nicht. Das mögen sie vielleicht am Anfang, ne? Ah, cooler Typ und himmelt mich an, das ist ja geil. Aber was so Polarität angeht, ja, verliert der Mann an die Polarität und, ja gut, die waren ganz lange zusammen, aber so die Theorie sagt dann halt, dass der Mann dann eben auch abgeschossen wird irgendwann so, ne? So, und jetzt, das ist jetzt aber alles noch ein bisschen Gerüchtstatus, ich blende das mal hier ein, von Promi Flash, bzw. das Foto ist von dem Kanal von Alexander Koslowski. Genau, sieht man jetzt, ist da ein Tattoo aufgetaucht, was offensichtlich, ja, ein Foto von ihr entspricht und was ihr Neuer sich gemacht haben wollte. Ich packe den Artikel hier auch mal drunter. Und auch der Neue wurde halt auch, wie das dann immer so ist auf Instagram, wurden die schon mal an gleichen Orten gesehen und so weiter. Also ist die Frage, ist das ihr Neuer? Und die sind ja jetzt noch nicht so lange getrennt. Und hat der sich ernsthaft ein Foto von ihr tätowieren lassen? Ich meine, wenn man es mal einfach, wenn man macht, wenn man verliebt, ist echt irrewitzige Dinge. Gerade auf meinem Kanal wissen wir das. Aber mal ganz ehrlich, ey, ich meine, man kann ja nicht davon ausgehen, dass das ewig hält. Ey, du hast eine neue Freundin und die guckt dann in die Visage. Es ist einfach so far out. Und ja, aber das ist einfach auch traurig, dass Männer immer noch meinen, das wird irgendwie gut ankommen. Oder das wird irgendwie Punkte kriegen, während die Männer eigentlich Punkte kriegen, die ja so ein bisschen cool, ein bisschen laid back sind. Und jetzt ist es natürlich so, unten drunter steht dann auch, wer das ist. Könnt ihr euch selber mal angucken. Aber vielleicht findest ihr den total cool. Und das kann schon sein, dass wenn du jetzt jemand datest, eine Frau ihren Mann datet, wo sie denkt, der Mann ist ein Zehn für mich. Natürlich kann der am Anfang erst mal eine ganze Menge falsch machen. Aber das Ende ist unausweichlich. Wenn die Attraktivität unter fünf läuft, wie ich immer so sage, dann ist die Beziehung halt zu Ende. Und jemand, der nicht gleich mit zehn anfängt, der kann sich sowas gar nicht leisten, der fällt sofort hinunter. Und du musst einfach sehen, dass du durch viele Sachen, die ich auch in meinen Kursen, in meinen Büchern und so immer wieder benenne, ja, dass du in deiner Polarität bleibst. Und wie die Frau natürlich auch ein interessanter Partner bleibst. Ich meine, das ist jetzt auch keine Garantie, dass es immer ewig hält. Aber das hast du zumindest schon mal die Grundlage gelegt. Und da machst du dir nicht nach ein paar Wochen ein riesiges Liebes-Tattoos. Ich meine, wir können jetzt nicht so ganz so viel mitreden, weil wir auch Sachen haben, die ähnlich sind. Da gibt es auch so ein Tattoo. Aber es ist eben, ja, es sind einfach Symbole. Wir haben das auch nicht so als, wir haben das auch ganz anders geplant und es hat sich dann irgendwie so ergeben. Aber das ist ja was anderes. Obst du dir meinetwegen irgendwelche Symbole, was weiß ich, was auch ein bisschen neutrales machen lässt. Aber ich meine, mein Tätowierer schon sagte, er würde niemanden irgendwie Initialen tätowieren und dann ist hier ein komplettes Gesicht tätowiert. Aber vielleicht ist ja auch alles nur ein riesen Gag, aber glaube ich jetzt nicht. Dass es sich irgendwie anders entwickelt, machen es trotzdem einfach viele so, muss man einfach sagen. Und also bleibt mal ein bisschen cool, wenn du in eine neue Beziehung gehst. Das gilt natürlich für Frauen eigentlich auch. Stell dir einen Partner. Seid offen, seid positiv, freut euch aufeinander. Aber, ja, stellt den anderen nicht auf ein Podest und wenn ihr das lernen wollt, macht die fucking Datingkurse, für das ihr auch den Code gebt. In diesem Sinne, heute mal ein bisschen trashy und wir sehen uns bald wieder. also, Untertitelung. BR 2018